Hallo aus Seacrauts-Räunder, willkommen zurück auf dem Seacrauts-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und wir hatten zum 1. November das Crowdfunding-Programm eingeführt, einfach um aktive Zuschauer bei unseren Livestreams ein bisschen zu belohnen, sozusagen. Und ja, Platz 1 hat diesen Monat zu unserer Überraschung Meerschein XL belegt. Er hatte sich ja schon relativ früh einen Ticken abgesetzt und konnte diesen Vorsprung nachher sogar einen Ticken ausbauen. Ja, erster Platz mit 329 Punkten. Du bist der allererste Gewinner von unserem Crowdfunding-Programm. Und du bekommst von uns einen Gutscheincode, also einen World of Warships-Code, der für Spieler ist, die bereits einen Account haben. Ja, also haben wir schon drauf geachtet. Und zwar gewinnst du die Campbellton plus 3 Tage Premium-Spielzeit plus eine Gamescom-Flagge plus 100 Gamescom-Tarnungen. Herzlichen Glückwunsch. Der Preis ist ein bisschen höher, als er in Zukunft standardmäßig sein wird. Also wir haben da immer so ein paar Überraschungen für euch sicherlich. Wir wollen uns jetzt nicht festlegen, aber du bist der Pionier. Du bist der allererste, der es geschafft hat, über einen Monat konstant den ersten Platz zu halten. Und deswegen geht dieser Gutscheincode an dich. Solltest du da Probleme haben mit der Einlösung, einfach kurz melden bei uns. Wie gesagt, wir schicken dir den Code nachher über Discord und dann kannst du ihn gleich einlösen. Wie gesagt, wir sind ja für dich da. Also einfach uns anschreiben, wenn es da irgendwie Probleme geben sollte. Kann ich jetzt mir zwar nicht vorstellen, aber ich wollte es nur nochmal gesagt haben. So, an alle anderen, die jetzt nicht gewonnen haben. Auch euch vielen herzlichen Dank, dass ihr so regelmäßig und so intensiv dabei wart. 245 Punkte, 233 Punkte. Ja, wie gesagt, im nächsten Monat, also jetzt im Dezember, wir haben ja schon den ersten, könnt ihr wieder dabei sein. Immer dienstags 20.30 Uhr, immer freitags, immer samstags 20 Uhr, Entschuldigung. Und dazwischen vielleicht auch das ein oder andere Mal spontan. Habt ihr die Möglichkeit, bei uns hier Punkte zu sammeln durch Aktivität im Livestream. Ja, nicht nur durch Zuschauen, sondern auch durch Chatten. Und ja, Meerschweinchen ist jetzt erstmal für die nächsten zwei Monate gesperrt. Aufgrund dessen, dass wir noch ein verhältnismäßig kleiner Kanal sind, müssen wir diese Sicherheit einbauen, dass ihr, dass hier nicht immer der Gleiche gewinnt, sozusagen. Und deswegen haben wir dazu gemacht. Meerschweinchen kann erst im Februar wieder, also Ende Februar, dann wieder gewinnen. Und jetzt seid ihr dran, um euch zu betteln. Ja, wer denn nächsten Monat die Belohnung, also Ende Dezember, Anfang Januar die Belohnung bekommt. Ich weiß noch nicht ganz genau, ich denke, ich werde am 1. Januar dann die Verlosung machen, also direkt im neuen Jahr, um einfach sicher zu sein. Ich weiß noch nicht, vielleicht gibt es ja zu Silvestern Livestream, weiß ich alles noch gar nicht. Also von daher, ja, lasst euch überraschen. Ich danke euch auf jeden Fall für die Zeit und wir sehen uns dann heute Abend im Livestream um 20 Uhr am 1. Dezember. Haut rein, bis dahin, euer Seacroids Team, euer Maraha. Ciao, ciao.